Herzlich willkommen zu einem, wie ich hoffe, sehr aktuellen Let's Play und einem visuell wahnsinnig beeindruckenden Let's Play. Ich hoffe mal, dass es das wird, denn ich habe einen Titel, der mir total gefallen hat von den ersten Bildern, Frames, Sekunden, die ich jetzt gesehen habe. Es lief in dem Fall, war das glaube ich eine von diesen Steam-Live-Übertragungen direkt vom Entwickler, also irgendein Video, was genau das suggeriert und immer endlos läuft und da sah man ein UFO durch die Wolken fliegen, zang, zang, babam, dann wurde daraus irgendwie eine Kugel und mit der Kugel konnte man unten auf dem Planeten rumrollen. Fand ich instant geil. Habe ich mir direkt die Demo runtergeladen und die möchte ich euch jetzt zeigen. Da ist sie. So, Moment, alles mal ausrüsten und weil ich einen Counter sehe, habe ich mich nicht getraut, das Ding zu starten, weil ich mir nicht sicher war, wie lange ich vielleicht spielen kann und ich wollte es mit euch machen. Deswegen habe ich schnell nochmal alles angeschmissen und drücke jetzt auf Start. das Ding mitbekommen aus, aber ich liebe das baue. schau mal, wie gerne, schau mal, 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 schau mal. hier verts alle Wagen, schau mal, schau mal, schau mal. das ist das ja nicht so lustig, zu manual. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon irgendwas steuern kann. Ich glaube nicht. Das ist wohl irgendein ferner Planet, auf dem dieses Signal eventuell losgeschickt wurde, weil man da gerade sowas gesehen hat. Aber das hier sieht eher aus wie eine winzige kleine Kugel. Oh, ich bin die Kugel. Okay. Wieso kann man Schwung holen? Ja, geil. Okay. Ich bin sehr smart. Ich habe mir das nämlich auf L und R gelegt. Und jetzt sehe ich gerade, es ist auch nicht unbedingt ein UFO. Es sah einfach nur so aus durch diese flache Form. Aber das ist ja eigentlich ganz geil. Ich meine, die Idee. Ja, nur, dass ich es jetzt ummache. So. Okay, Dropdown. Das ist schon ganz geil, muss ich sagen. Das hat eine sehr schöne Energie. Einfach dieses Haubefakt, das man fehlt. Das habe ich wirklich schon kommen sehen. Dieses, diesen Schwung holen, das fühlt sich gut an. So, jetzt muss ich aber hier erstmal wieder hochkommen. Shit. Okay, ganz ruhig. Kann ich nicht erstmal über den einen Hügel drüber? Oh, 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 oh. Jetzt ist die Energie weg. Die kinetische Energie ist weg. Das ist ein geiles Konzept. Wirklich. Hier ist auch eine Rampe. Nee, vielleicht muss ich, das könnte ich ja auch schon benutzen. Einfach kurz vorher zur Disc wechseln. Also spätestens, wenn ich einfach richtig ordentlich Schwung habe, den hier nehme ich noch mit. Oh, das ist gut. Das ist gut. Den nehme ich auch noch mit. So. Ah, das sieht irgendwie ganz schön eng aus. Ah, ich konnte nicht hoch. Was ist da los? Warum konnte ich nicht hoch? Da kommt. Nee, okay. Jetzt aber. Erstmal hochrollen. Dann die Power holen. L drücken. Ah, ob ich einen noch schaffe? Zu früh. Zu früh. Ah, das ist noch nicht gut. Bin nicht zufrieden. Das war gut. Shit. Oh, dieser kurze Moment über den Wolken ist ja wundervoll. Ja, aber das, ja, so. Den richtigen Moment für die Kugel habe ich noch nicht. Äh, okay. 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 Ich bin mir nicht sicher, was sie mir beibringen wollen, aber es sieht auf jeden Fall toll aus. Es steuert sich toll und es macht Bock. Und die Effekte sind einfach Wahnsinn. Also nicht jetzt, es ist nicht die mega krasse Grafik, aber es ist einfach, das ist eine Situation, in der man sich selten befindet. Ne, das sieht man selten. Ja, ich will ja. Aber, das sehe ich jetzt erst, er kriegt ja auch immer wieder neue Energie durch das Fallen. Ich muss einfach nur ab und zu zur Kugel werden, bis ich wieder glühe. Und dann kann ich scheinbar endlos fliegen. Hammer. Was für ein geiles Konzept. Jetzt mal ernsthaft. Es erinnert mich sehr an Flower. Oder Flowers. Kann ich auch jedem empfehlen. Es ist ein superschönes Spiel. Aber natürlich mit einem etwas anderen Winkel. Betrachtungswinkel. Und das ist toll. Ich muss gleich mal irgendeiner Story folgen, ich weiß. Aber jetzt muss ich erst mal, jetzt muss ich kurz erst mal begeistert sein. Kugel. Der ist gerade. Geil. Okay, ich verstehe. Also noch nicht, aber zumindest glaube ich, zu verstehen, wie man dann, wenn man weiter oben ist, einfach immer wieder hoch und runter schwingt. Aber ich habe es noch nicht so ganz raus. Sieht aber schon irgendwie so aus. Flonk. Das ist es nicht. Diese großen Strukturen, die wir auch hier sehen. Ich meine, vielleicht ist es einfach nur ein gigantischer Minigolfplatz von irgendwelchen Aliens. Die sich diesen ganzen Planeten dafür genommen haben, als Minigolf-Area. Oder es sind irgendwelche alte Alien-Arzt-Täden auf irgendeinem anderen Planeten. Schon sehr interessant, welche Bauten das sind. Und was ist das überhaupt? Was bin ich? Bin ich am Leben? Bin ich nur irgendein Spielzeug? Was ist da die... Das ist Leuchten hinten. Da will ich eigentlich hin. Da fliegen wir hin. Oh, das hier auch irgendwo. Ich dachte gerade für einen Moment, das wäre ein Tentakel. Aber das sind leider nur, glaube ich, Bäume. Oh, ist das geil. Vielleicht ist es für euch nicht so spektakulär, weil ihr es ja auch nicht steuert. Und irgendwie, dass sich wahrscheinlich noch ein bisschen besser spielt, wenn man gerade die Herrschaft über die Kugel hat. Oder den Frisbee. Ich sollte aufhören, zu UFO heranzümmeln. Aber UFO ist so schön. Komm, UFO. Ich bleib bei UFO. Nee, das war's hier. Ah, okay. Zum Starten ist auf jeden Fall dieser Dash nach oben nicht schlecht. Aber ich würde gerne mehr... Ich würde gerne wieder wie vorhin ganz nach oben kommen. Wo man aufgeladen wurde. Vielleicht wurde ich auch aufgeladen, weil da Blitze waren und Wolken. Ich weiß es nicht genau. Aber es hat mir sehr gefallen. Achso, ich wollte ja eigentlich mal zu dem Signal, oder was das ist. Heben wir mal ab. Dahin. Shit. Ich verplane auch den... ...den Absprung immer. So, bis ganz nach oben. Aber vielleicht kann ich hier jetzt mal was nutzen, um ein bisschen Energie aufzumachen. Oh, ist das toll. Ah, es haut nicht ganz hin. Oh, shit. Verkackt. Da ist aber auch sehr praktisch, dass der Planet genauso geformt ist, wie eine endlose Halfpipe. Planet Halfpipe. Das Mecker aller Skater. Okay, ich habe eigentlich irgendein Ziel. Nehme ich an? Ich weiß es gar nicht. Ich wollte ja eigentlich hier hin. Oh. Was ist jetzt? Nein, 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 nein. Da ist ein Video. Ja, da sieht man jetzt wahrscheinlich einfach ein paar andere Locations. Und ich bin jetzt schon... Ich werde es mir jetzt schon holen. Hundertprozentig. Das ist ja mega schönes, meditatives... ...weiß ich nicht... ...rumflige Gaming. Also die beste Kugel, die ich je erlebt habe. Und bester Frisbee. Das ist die Szene, die ich gesehen habe, als ich mich schon drin verliebt hatte. Genau diese Geschichte jetzt hier mit den Wolken. Oh, Mann, ey. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich meiner Mutter zeigen werde. Hundertprozentig. Das werde ich dir kaufen, meiner Mutter zeigen. Und sie wird es sehr schwer haben, diese Genetik dahinter zu verstehen. Da wisst du übrigens, wo es herkommt, ne? Irgendwo muss ja so... Exo One. Ein ganz herausragendes Spiel. Ich würde euch das sofort ans Herz legen. Als Demo oder irgendwas. Spielt es einfach. Spielt es gut. Gebt gute Bewertungen ab. Bestellt es vor. Holt es euch. Das war meine Message. Holt es euch. Zu Exo One. Tschüss.